Vorgestern bin ich heimgefahren und dann kam so ein rockiges Pantlied. Das habe ich noch nie gehört, aber das war so lustig. Das war dann so gesungen. Ja, wie kommst denn du nach Hause und wie siehst du wieder aus? Und immer diese komischen Lieder, die du singst und immer diese komischen Texte. Und schick deine Freunde weg und immer diese Freunde, ne? Diese ganzen Schlosskeln. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, wird gemacht, was ich sag. Ne? Ganz klar. Das ist wichtig. Und wenn nicht gemacht wird, was ich sage. Raus! Raus! Ne? Dann sag richtig. Kennt ihr das alle? Raus! Ne? Ja. Richtig die Handbewegung. Raus! Ne? Habt ihr das alles erlebt? Also ich habe zum Beispiel seit ein paar Wochen die Idee, wie ich den Orange Table zum Raumschiff umbauen kann. Also erstmal auf der Erde und zwar müsste der immer wieder mit den Materialen veredelt werden, aber ich könnte den so erstmal in Farb bringen, dass der richtig abfliegt. Na? Und dann könnte man den langsam hochtunen und dann könnte man so schnell fliegen ohne Limit. Ich habe so viel mitgekriegt. Ich muss jetzt da drüber schlafen. Hört auf. Ich bin voll. Ich möchte jetzt ein Zeichen von den Menschen. Drei Minuten. Ich bin voll. Mir reicht es für heute Abend. Und ich gehe jetzt schlafen. Oder ich bin eingeschlafen. Ich fink mal auf. Hallo! Aufwachen! Wir machen gerade ein Wotting. Seid ihr eingeschlafen? Wollt ihr jetzt weiter schlafen? Wir wotten gerade drei Minuten und sagen, habt ihr genug für heute Abend? Sollen wir die Wiederholung jetzt laufen lassen? Lieber Tod, bitte segne mich. Liebe Tod, bitte segne mich. Damit ich noch am Leben bleib. Sie gehen da rein in Bereiche, wo man normal nicht reingeht, ne? Mhm. Und dann beißt du sie drauf hin, hey, du bist gerade wo drin mit deinem Finger, wo man gar nicht reingeht, ne? Und dann erschreckt der sie zurück. Und weißt du, was er dann macht? Dann macht er so. Dann macht er so. Du bist schuld, ne? Jetzt habe ich gesehen, ne? Ja, ja. Weil da ruft jemand wieder. Oh, ne, keine Ahnung. Da macht er so. Daher kommt der Schlinge-Finger, ne? Der ist dann erwischt worden, wie er seinen Finger irgendwo drin hatte, ne? Und du hast ihn drauf aufmerksam gemacht. Hey, der gehört gar nicht dort rein, ne? Geh mal da raus. Und dann sieht er das. Und dann erschreckt er, ne? Und dann erschreckt er und dann ist er nicht beleidig. Und dann macht er. Ja, ja, weil ich eben profisit. Und dieses Besicht dazu. Danke schön. Trulatrula, Trulala, Trulatrula, Trulala, Sturgedulma, Biberach, leck, leck mir am Arsch, eh Laufmeister. Genau.